The Heroic Trio Hongkong im 21. Jahrhundert. Das ultimative Böse wartet auf seine Stunde, denn es will die Weltherrschaft übernehmen. Keiner kann ihm Einhalt gebieten, bis drei Frauen ihm den Kampf ansagen. Invisible Girl, Wonder Woman und Thief Catcher. Ein unvergleichliches Showdown beginnt. Michelle Yu aus dem Bond-Film Der Morgen stirbt nie. In einem Actionstreifen der absoluten Meisterklasse. Die Presse ist begeistert. Cinema schrieb atemberaubend und maßlos in seinen Actionsequenzen. Ein visueller Orkan. The Heroic Trio